Go. Good job, Vincent. Yo. No, Digga. I'm sorry, Leo. Halt's Maul. Digga. Oha. Shit. Halt's Maul. Du bist ne Ratte. Ey, sag mal. Real. Einmal hin, alles drin. Real. Einmal hin, alles drin. Kannst du mal für mich sagen, ich bin Larry. Larry Läffer. Ich habe aber auch was für dich gesagt. So, muss ich hier noch irgendwas hinzufügen, ihr kleinen sexy Hasen? Nein, 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 nein. Okay. War das Antwort genug für dich? Ich füge... Ja. Du Cocktailwürstchen. Oh, Mann. Hast du mit mir gesprochen? Mit Cocktailwürstchen kenne ich mich auch. Janas. Cocktailwürstchen. Du weißt ja, Cocktail bedeutet nichts anderes als Schwanzschwanzwürstchen. Das ist richtig. Wenn wir mir das mal so angucken, dann kann ich so ein Cocktailwürstchen auch genau erkennen. Oh! 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 Cocktailtail! Oh, Gott! Mami! Da muss ich ja mal noch kurz rein. Viking. Bist du auch so stark wie ein Viking? Vielleicht? Ich habe gehört, Vikings gehen ja sehr ungezügelt an manche Sachen ran. Ist das auch bei dir so? Was war denn deine wirklichste Viking-Nummer, die du so abgezogen hast? Die sind ins Rote Meer getaucht. Mäuschen piepst einmal. Mäuschen piepst einmal. Hallo, ihr zwei. Hi. Na? Wo bist du? Öfter hier, wo ich bin? Baby, ich komme sofort zu dir. Hi. Ich bin Larry. Ja. Ja. Hast du einen Kratzen im Hals? Hast du Schluckbeschwerden? Nein. Ich trinke Bier. Ich habe nur eine Bier gedrunken. Das ist sehr männlich für eine Frau. Das sagt mir mein Mann auch immer. Sag mal, streamst du? Ja. Okay. Ich finde aber ganz gut, dass wir hier wie Tick, Trick und Track aussehen. Ich bin Trick. Ich habe ein Roadhouse. Wer ist Trick? Ich. Also guck mal, er hier mit der braunen Jacke und der schwarzen Hose ist Trick. Okay? Möchtest du Tick oder Track sein? Äh, Track. Track. Gut. Er hier mit der Lampe auf der Schulter ist Track. Und ich bin, ich bin, ich habe einen Tick. Ja. Okay. Du hast auch eine Lampe auf der Schulter. Ich habe eine Lampe auf der Schulter. Ja, jetzt verrate ich mich. Das ist jetzt. Ich muss sie doch nicht gleich wissen. Track? Ja. Yes! Ich habe es an deiner Augenbraue erkannt. Ja, weil die so leicht nach oben gezogen ist. Ja, ja, die ist so ganz leicht, die so leicht kritisch nach oben gezogen. Äh, wir sind Team Entenhausen, okay? Ich würde sagen, Team Entenhausen passt ganz gut. Ich bin, ich bin sonst eigentlich ein lebensfroher Mensch mit skeptischem Blick. Du bist eine Ente. Wie heißt du denn bei Twitch? Genauso wie im Spiel. Also, Sarah-K. Ich wollte gerade sagen, hast du einen Namen über deinem Kopf? Wie? Nein. Sarah-S-A-H-A-Unterstrich. 20 Minutes Later Ich finde es ganz interessant mit diesen Screaming Dingern Muss ich mir mal angucken wie es so Okay Es ist schön, dass du dich nicht auskennst Ich muss nur dazu sagen Man lernt eben halt ein bisschen dazu Danke für euren ganzen Follows Guck mal, ich erinnere noch die Musik von Michael Jackson zu dem Bild dazu Zirinnere noch die k Mitspreise Du gehst mir auf den titt imprisoned Halt von Leute Also Dinge F abide mit Kann es sein, du hast eine sehr besondere Stimme Die hört man eigentlich oft in Horrorfilmen Oder oft in Spannungsfilmen Ich mach's ernst. Levi, bist du ein Mann? Ja. Natürlich. Siehst du nicht mein Vollbart? Levi hat gar kein Vollbart. Ja, aber ich hab einen. Und wie viele Titanen hast du schon umgebracht? Die Stimme. Sag ich dir doch nicht. Die Stimme. Genau, die Stimme. Kannst du dir doch denken. Die hört sich ein bisschen an, wie diese Stimme von diesem einen YouTuber, die immer diese gruseligen Geschichten erzählt, weiß er mal. Wie hör ich mich denn an? Keine Ahnung. Für mich, wie es so ein Synchronsprecher ist. Ja, das ist halt wirklich so. Und was für ein Synchronsprecher? Manchmal, ich denke, man sprechen dann... Wie kommt mir die Stimme so bekannt vor, aber ich hab halt einfach gerade so... Ja, das... Es gibt so selten Leute, finde ich, die so die Stimme machen. Mikasa. Armin. Moment mal. Nochmal bitte wiederholen. Ich werde die Titanen vernichten. Jeden Einzelnen von ihnen. Ja. Du hörst dich so an, wie ein Synchronsprecher. Ich denke manchmal, ich war ein Synchronsprecher, aber ich bin überhaupt kein Synchronsprecher. Ich mach das Soundboard jetzt aus. Das ist meine normale Stimme. Ich mach Batman. hallo, ich bin Batman. Ich bin Batman. Oh mein Gott. Ich mach das Soundboard wieder an. So, okay. Hier ist Soundboard wieder... Oh. Jetzt. Da vorne ist ein Flugzeug. Ach du Scheiße. Sollen wir jetzt in das Flugzeug rein, oder was? Ich bin drin. Ja, okay. Sein Haarer. Kommt, ich sprich auch noch rein. Ich hiel mich mit. Alter. Was für ein Actionfilm, bitte. You're not gonna hear me say this often. But thanks. You too, Leo. You too, Leo. Jetzt küssen wir uns. You know what? Jetzt geschießt mir deine Liebe. Du musst jetzt den Brief gleich vorlesen, ne? Lieber Teddy. Ich erlebe mein Leben in Viertelmeilschritten. Was ist so gerade? Digga, lies mal vor, was gerade in deinem Kopf so vor sich ging. Ich bin ein richtig harter Motherfucker. Wie geht's? Wir sollten in 10 Minuten landen. Wir müssen in 10 Minuten landen. Okay. Was hast du denn da? Und jetzt sind wir in Norwegen. Ich liebe dich. Sehr gut. Du hast den Vogel heil runtergebracht. Junge, wir haben es echt rausgeschafft. Jetzt bin ich echt gespannt, was wir jetzt noch machen müssen. Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Dann ist willkommen in den Knast. Nicht dein Ernst. Digga, ich bin fast 50. Jetzt sagen wir nicht, dass sie undercover ist. Nee. Nee. Die hat es uns reingekriegt. Die ist nicht undercover. Natürlich. Guck mal, wie sie sich verhält. Schlange. Schlange, sag ich da nur. Du sagst mir jetzt nicht, dass sie... Ich brauch keine Schulterpolster. Woher weiß er denn, dass wir den haben? Der ihn einfach einsteckt auf Entspann. Hier geht's. Good job, Vincent. Yo. No, Digga. Halt's, Maul. Digga. Oha. Halt's, Maul. Du bist ne Ratte. Ey, auch wenn du jetzt von mir enttäuscht bist, oder so. Mann, ich mach dich klar. Ich mach dich kalt, Alter. Ich werd dich einfach... Ich puste dir einfach die Rübe weg. Scheiß drauf. Digga, entspann dich. Entspann dich. Nee. Okay. Ich bin jetzt richtig sauer, Alter. Verpiss euch, hab ich gesagt. Ich mach keinen Scheiß. Digga, entspann dich. Ich scherze hier nicht, Leute. Alles gut. Keiner macht hier irgendwelche Mücken. Ich war mit dir bei meiner Familie. Du hast mit meinem Sohn Basketball gespielt. Ich knall dich ab. Ich drück schon die ganze Zeit Maus. Ich kann dich nicht erschießen. Nee. Bitte. Halt den Wagen an. Bitte, Max. Nee. Max, bitte halt den Wagen an. Digga. Was hast du davon, Alter? Ich hab da mal Maulwurf. Digga, wir sind echt aneinandergeschweißt. Ich mag dich jetzt wirklich. Ich drück die ganze Zeit schon die Maustaste, um dich zu erschießen. Das klappt nicht. Hör auf. Da. Hast du davon.